Wir befinden uns jetzt da eben vom Kolreiser Richtung Regenshitte auf knapp über 2000 Meter und machen heute die Runde jetzt eben vor der Regensburger Hütte weiter unter den Geißlern dann vorbei Richtung Troja-Hütte und steigen dann nach St. Kristina ab. Was wir da oben sehen, auch das sind die Geißler eben mit dem Sasri Geiß, mit der Furchtata, die sind 3025 Meter hoch. Ganz links sehen wir die kleine Formeda, die große Formeda und befindet sich alles im Naturpark Puetz Geißler, wie auch die Raschetzalm und bis zur Puetzhütte ist eines der sieben Naturpark in Cityroll auch. Wir werden heute eine Tagestour machen. Wir hoffen, dass das Wetter auch mitspielt. Man sieht es, es ist zwar ein bisschen Wolkenbildung, aber das muss heute schon noch klappen und wir werden dann eine schöne Runde machen. » » « Untertitelung des ZDF, 2020